Die fast 25-jährige Erfolgsgeschichte von Systemen, einer führenden Marke im Bereich der industriellen Lüftungssysteme, setzt sich fort. Das Unternehmen mit Sitz in Madrid hat seine Produktionskapazität ausgebaut. Dank den von ABUS entworfenen und installierten Produkten war es möglich, die Produktion der bestehenden Zentren zu vereinheitlichen. Dies führte zu einer signifikanten Verringerung der Betriebszeiten und einer optimierten Nutzung der verfügbaren Betriebsfläche. Die Mitarbeiter profitieren von einem verbesserten Komfort sowie einer höheren Arbeitssicherheit. Sie wollen auch Ihre Produktionsprozesse optimieren? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen!